Sonntag 19 Uhr. Let's play loadout mit dem Nickels Servus und dem Real Noob ist angesagt. Was hat das getan? Oh scheiße. Feind enemy, kill enemy und... Ach wir sind in der Honig-Bauerei wieder. Ja was? Honig-Med-Brauerei. Honig-Med-Brauerei. Was auch immer. Echt jetzt? Ja ja das ist das doch hier oder? Soll das nicht etwas sein? Weiß nicht was das ist. Keine Ahnung. Nein. Oh Leute. Ach ja Mordgorm. Von dich kenn ich doch von gestern. Fick-Schnitzel. Ja kennst du den? Naja von grad eben. Sehr gut. We sony Kennebord, Nickels Nickels Kennebord. We sony. We sony. Geile Scheiße, Alter. Oh oh. Tourette 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 Tourette. syndrome. Pisser aus meinem Arsch. Sauspeik jungen. Das ist voll titte. Ah, Mann. Fuck, ich treffe mit der Sniper heute nichts. Ich habe die Sniper verlernt. Was? Oh, oh, oh. Irgel, argel, Irgel. Brenne Schnitzel, ich brenne. Fretiert, Junge. Da kommt meine Haut wieder. Oh, cool. Uncool! Wo sind sie denn hier? Ach Junge, komm. Seufzt, hustt, heul. Komm schon. Ja, Granaten-Mega-Typ, Alter. Besser als die Polizei es erlaubt, gehe ich mit meinen Granaten um. Und ich gehe hier links und rechts und finde mich voll keck. Was? Keine Ahnung. Granaten, Junge, in jedem Spiel sind sie meins. In jedem Spiel sind sie meins. Fuck. Fuck the police, Alter. Argo fuck yourself. Ich muss es einführen. Ich will das, das ist mein Motto, Junge. Argo fuck yourself, Junge. Das ist so geil. Den müssten wir uns eigentlich nochmal zusammen angucken im Film. Sperrfeuer! Auf Real Sonic! Ich fühle mich wie Montgomery, Alter. Burns. Tourette. Tourette, Mann. Ah, fuck. Habe ich die Nähe ein bisschen zu weit geworfen? Schade. War so nicht geplant, möchte ich nur mal anmerken. Boah. Wow. Selbstmord! Wenn besser, geht's nicht. Selbstmord, dein bester Freund war Nick. Du, wir gehen Hand und Hand jeden Tag. Ah. Alter, Vater. Wenn ich sehe, Red Dot. All ran. So. Oh, ich sehe dir, Leand. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Stopp. Komm her. Se leaked. I killed. I'm fired. You bist Philippe. mittlerweile so long friend well done well done 412 hat schon wieder nichts festes nichts ganzes ich muss aufpassen sonst geht mein team noch in die brüche lalala lalala ja wer hätte afk gekillt oder was haben wir anscheinend telefon hat geklingelt also dann erhebst du dich schon und dann geht es natürlich aus Fakern Argo fuck yourself du kriegst mich nicht besser als du hab ich don't try to fuck me i want to stick it in fick dich modgum du bist ne arschloch m m m die die Tüte das ist schön dass der enemy in der Liedesalter ja alter wie scheißdreck sind die auch die Lied Junge L.E.A.D. Alter Der Lied Jetzt kommt wieder ein Teamchill oder was? Bist du down, sagst du? Mal wieder ja Oh, das wird sogar eine ganz knappe Kiste, kann das sein? Naja, das wird Ein sehr knappes Game auf jeden Fall Egal wer gewinnt Komm schon Team Ich mach das jetzt Ich spüre es In meinem Arnus Da hab ich einen erwischt Den ich, scheiße Nein Hm Mein Mann hat nur noch eine Kiste Oh oh, die werde ich sein, die werde ich sein, die werde ich sein Die werde ich sein Und noch eine Kiste am Arsch Er kriegt mich nicht Du hast verloren Du hast verloren Nein, er stand vor mir Aber ich weiß nicht Nicht der letzte Kill Juhu 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 Juhu